Was ist das? Gewinnspiel. Das ist was zum Trinken oder eine Partei? Nein, nein, das ist was zum Trinken, das ist nur Werbung, das Schäferhofer Grapefruit, also bei uns sind wir, nur einfach ein Foto von Ihnen, mit dieser Flasche und das beste Foto gegeben. Ja, und man kriegt von euch auch.